Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Draußen haben wir jetzt zwei Bäumchen, die habe ich mir von Kobold bestiewitzt geklaut. Wie auch immer, da freuen sich unsere Zombies. Wir haben auch noch eine Katze, eine dritte. Die Miauna draußen schön vor sich hin und passen auf, dass da ja kein Quipper kommt. Ja, wir haben ja den Keller, ich habe den da fertig ausgehüllt, da ein bisschen verschönert. Und da werden wir jetzt bauen und zwar unsere Biogasanlage, da brauchen wir jetzt ein paar Sachen dafür. Und zwar mal den Equius-Akkumulator. Ähm, wie ist das so komisch so? Okay. Ähm, wir haben da irgendwo noch so ein Frame. Wo war denn das? Da ist es. Genau, das wollte ich. Ähm, dann brauchen wir einen Eimer. Und wir brauchen das hier. Und zwar mit der Red Star. So, so. Und dann mit der Red Star. So, genau. So war das. Dann brauchen wir ein Glas, den... So, so. So. Glas. Den... Ist das richtig? Genau. Equius-Akkumulator. Den werden wir gleich mal aufstellen. Äh... Da ist noch einen. Oder zwei. Dann laufen wir, trotz dass es Nacht ist, mal raus. Du, lass mich da schön in Ruhe. So. Dann mal schauen. So. Wir werden das... Dann werden wir das hier hinstellen. Oder hier hinstellen. Mhm. Dann werden wir das hier hinstellen. Und zwar so. Tim, wer kommt da? Dann geht's da rein. Dann kommt hier. Da. So. So. Drei. Juhu, Eisen. So. Klar. Klar war es hier über das Eisen. Dann machen wir hier zu. Hier einmal... ...äh... ...äh... ...das war jetzt zu von mir. Hier einmal... hier einmal cool dann gut das ist dann oben das heißt das können wir ausmachen das, das, das genau, der ist ja auch schon voll gut, dann haben wir das schon mal dann brauchen wir einen Fermenter Fermenter Bronze, Steady Casing da brauchen wir jetzt jede Menge Bronze davon haben wir zum Glück noch ein bisschen ich meine halt den, ja super jetzt haben wir keinen den mehr Steady Casing brauchen wir Bronze Zahnräder wie viel waren das? vier Stück ah Menno jetzt haben wir nirgendwo hier Holz hey, 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 hey so haben wir es aber gleich wieder wirst du? so äh dankeschön da genau Holz nichts, dass ich hier noch vergesse, was ich eigentlich machen will so hier ist eine Bader ach Männer das machen wir gleich mal da rein da haben wir Cobblestone zum Glück noch etwas weil sonst hätten wir das jetzt auch noch holen müssen können wir das gleich so machen ja, prima vier Stück und Glas machen wir das so 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 und Glas genau dann haben wir hier schon ein Ferment da den stellen wir hier als nächstes das brauchen wir dann Tanks das brauchen wir auf jeden Fall wirst du Dank Dank das brauchen wir okay da brauchen wir einfach nur Glas davon haben wir aber nicht mehr viel das heißt schmeißen wir mal hier durch das auch so so gut diese Dank was brauchen wir denn noch wir brauchen einen äh Betro den brauchen wir Betrochimik Generator Generator brauchen wir sehr schön ach Männer okay zehn mehr das habe ich vorhin verbraucht für meine Lava Zellen so da rein damit hey wie hast du so was wollte ich jetzt machen genau einen Generator so so da das in der Mitte und oben und unten Redstone gut dann haben wir hier eine Batterie dann hm hm doof 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 haben wir da kein Cobblestone mehr haben wir hier noch Cobblestone ach das geht sich hier wieder nicht aus fünf Stück Cobble halt bloß da oben haben wir auch keinen aber dann noch zwei Stück hm die schmeiß ich mal kurz nach ich baue den da einfach ab den brauchen wir eh nicht so weg damit das alte muss weichen so an hier drei und oben eine Batterie genau Generator dann brauchen wir zwei extra Gummi dann brauchen wir zwei Treetraps genau und dann brauchen wir noch Tanks die kriegen wir dann eh so äh so wollte ich das das können wir dann hier reinschmeißen genau sehr schön wieviel Stück machen wir denn noch aus einen kriegen wir eins das ist natürlich doof das ist natürlich zu wenig so jetzt haben wir das schon mal da brauchen wir jetzt aber noch Sand weil wir brauchen da noch bisschen mehr Glas da haben wir alle zwei Stacks mit weil Glas brauchen wir immer und da schmeißen wir den ersten Stack gleich mal rein einmal können wir da auch rein tun das das gut dann was brauchen wir das brauchen wir noch brauchen wir auch noch drei Tanks Tanks Diamant Diamant Zahnrad brauchen wir vier Dias dann machen wir das gleich mal da hatten wir noch eins genau so dann so dann Gold und dann Diamant und genau zwei Redstone Fackeln brauchen wir ich glaube das war so so und so genau das brauchen wir dann brauchen wir electrical Engines ein paar Stück dann nehmen wir gleich mehrere machen wir vier Stück machen wir acht sechs Stück ja jetzt geht uns hier wieder alles aus sieben ja dann haben wir neun nicht mehr eins zu viel das geht überhaupt nicht aber brauchen wir ein Stack Cobblestone äh vierer irgendwann wird das nach Cobblestone ausgehen acht da Stein und dann glaube ich gleich ziehen genau acht Stück dann brauchen wir vier Pisten ging das glaube ich so ja bitte lass es so gehen ja vier Stück dann war das so so genau sehr schön vier Stück dann brauchen wir ein paar Schalter Schalter und zwar vier dafür dann brauchen wir noch drei Schalter ich denke sowas könnten wir dann auch gebrauchen gut was brauchen wir denn noch das haben wir genau wir brauchen noch die Dunks jetzt jetzt nur ein Stück dafür würde ich sagen acht und acht äh egal fangen wir einfach mal an die mache ich dann noch naja jetzt fehlt uns ja noch was und zwar da fahren wir zwei her dann machen wir hier mal vier eins zwei drei vier theoretisch müssten wir da ja da weiß ich gerade gar nicht ähm naja das brauchen wir später ich hoffe das funktioniert so ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher aber wir brauchen Liqui 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 Duct und Hartnet Glas Obsidian Pufferisierten Obsidian ok haben wir zum Glück ein bisschen was und dann brauchen wir noch Leading God Boah das sieht das sieht voll komisch aus Boah das wird schon das Richtige sein so wir brauchen trotzdem noch Dunks das heißt hier nochmal Stack da das 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 da werde ich mal so frech sein und und mir da oben mal den Geothermal klauen für unsere Electrical Engines dann mal und zwar werde ich den dann mitnehmen erstmal aufladen hier Na mach schneller Lass du es bald gut das dürfte reichen so aber jetzt habe ich mir mal erlaubt zu klauen dann dann haben wir hier irgendwo noch Glasfaser ne sieht nicht so aus dann brauchen wir hier noch Glasfaser so das in die Mitte ähm ach Menno das geht ja das geht ja ist ja wieder mal hier so teuer 8 Stück werden wir reichen das 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 ey genau ich wollte gerade sagen irgendwas stimmt hier nicht aber wir brauchen einen Induction Smelter den habe ich nicht weil wir keine weil ich die vergessen habe bauen dafür brauchen wir das Invar Ingot und die machen wir aus Ferus Eisen und Eis machen wir dieses Ferus genau genau und brauchen wir Eisen eieieieiei es wird aber reichen genau das wollten wir noch pulverisieren das wird reichen das wird reichen dann ne das möchte ich nicht das möchte ich nicht das möchte ich ganz und gar nicht das soll da nicht drüber gehen und dann und dann und dann und dann genau Eisen und pulverisiertes Ferus irgendwie so war das dann genau das reicht hier schon raus pfui aus dann kommt das da rein so jetzt haben wir es dann bald hoffe ich das können wir hier machen das müssen wir dann wieder hier rein machen langsam kriegen wir es ja wir brauchen noch zwei stück das heißt wir brauchen sowas ey da brauchen wir Iron so ich ne es ist glaube ich genau so so und außens hm erst recht nicht so dann Kupfer und nen Eimer Eimer haben wir hier noch Kupfer das 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 und nen Eimer gut dann haben wir den auch schon mal und zu guter Letzt brauchen wir noch ein electrical engine ja ja heute wird wieder mal gebaut 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 was das Zeug hält hier ach eins das zweite habe ich hier genau ach ne ich werde wahnsinnig blöd der Cobblestone hier gut so da da Moment oh echt bald so ne ähm anlage bauen dass wir das von drüben gleich irgendwie her holen können sonst wär ich hier noch verrückt so 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 und oben nochmal den genau dann haben wir die electrical engine ne 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 brauchen wir noch einen Schalter müssen wir sowieso machen ach ach den mach ich aber auch immer verkehrt so gut da geht auf der Seite gar nichts raus das lass du hier schön bleiben so jetzt haben wir das noch da da ist nichts mehr da da ne da lassen wir jetzt erstmal hier auf laden ähm okay so und weiter geht's war grad irgendein Fehler keine Ahnung so dann brauchen wir hier noch unsere Tanks schon wieder zu wenig Glas das darf ja nicht wahr sein das darf nicht wahr sein nein 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 so so das brauchen wir nicht mehr das brauchen wir auch nicht mehr ich werd mal jetzt ein paar Sachen wegtun jetzt das brauchen wir das können wir hier noch verarbeiten genau also ich glaub das war so und so mach das mal mal das geht eh schnell gut das geht eh schnell das geht eh schnell ach es geht sich genau alles nicht aus naja egal brauchen wir weiter wird schon irgendwie hinhauen ähm das ging weiter das ging weiter ich hoffe ich mach das jetzt richtig ich hoffe es sehr so dann kommt das in den Dank so irgendwie wie das ist ja damals mit Adcrifter 27 gebaut wird irgendwie so war das mal schauen das geht schon ähm was wollte ich denn jetzt auch hier ja also ich glaub das genau das funktioniert so da so was ich weiß kommt hier einer hin hier dann einer hin hier einer hin hier einer hin hoffe ich mach das richtig weiß aber nicht ob das da irgendwie funktioniert wir müssen das ja irgendwie betreiben hm naja bauen wir es halt mal auf ich kann mich ja dann noch schlau machen und dann machen wir das in der nächsten Folge fertig das geht natürlich auch so dann brauchen wir unsere Liquiduk das schließen wir noch an ähm Kupfer und in der Mitte das Kupfer machen wir einfach mal ein paar das ist schon zu viel dann nehmen wir gleich mal sowas sowas mit und sowas mit so einfach mal das was wir schon haben das kommt da unten das kommt oben ach ach menno das ist hier ähm wieso hm wir brauchen nicht so eine ranch wie heißt die denn das ist jetzt natürlich eine gute Frage die heißt äh ne das wollte ich nicht hm wie hieß diese blöde da ist sie den brauchen wir sie war äh war das jetzt so genau genau dem müsste das eigentlich funktionieren was soll ja was soll ja was ist da hinten hm wieso geht das denn nicht bin ich jetzt doof aber genau jetzt füllt sich das und der leert sich gut haben wir das schon mal so 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 dann hier auf hm müssen wir das jetzt nochmal abreißen die werden aha die verschwinden nicht gut äh ja das wollte ich jetzt natürlich nicht das hier wieder dran und das da oben wie hast du? so den hier auch gut sehr schön mal schauen äh so gut dann würde ich sagen war es das dann erstmal wir sehen uns ja wieder in der nächsten Folge dann machen wir natürlich hier weiter so macht's gut und bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal